Ich war gerade bei Müller. Ich wollte nichts kaufen. Ich hätte meinen Geldbeutel einfach zu Hause lassen sollen. Ich habe was gekauft. Leere Sachen und die zeige ich euch jetzt. Erst habe ich diese Mascara hier gekauft. Das ist die Glam & Doll von Catrice. Ich habe die noch nie ausprobiert so und ich dachte, jetzt muss ich sie mal ausprobieren, weil jeder immer sagt, die ist unnormal gut. So sieht die aus. Ich werde die ausprobiert. Dann habe ich mir einen neuen Kajal geholt. Ich habe mir denselben beim letzten Mal schon mal gekauft. Ich habe ihn verloren. Dann einfach einen neuen Augenbrauenstift, weil mein ist leer. So ein neuer Eyeliner, weil mein Eyeliner ist auch leer. Den habe ich noch nie ausprobiert. Werde ich jetzt mal probieren, ob der gut ist. Dann habe ich einen Lip Liner und so einen Lip Gloss dazu. Liquid Lipstick. Dann habe ich meine Lieblings Fanta geholt. Meine Lieblings Chips, Skittles und diese Drachenzungen, weil ich jetzt auch endlich mal diesen Trend ausprobieren will, wo man das einfriert. Ich habe die blauen geholt und nicht die bunten, weil ich die blauen cooler finde. Ich habe sie noch nie probiert, aber die haben mich mir angesprochen. Und so schnell ist man 21 Euro los. Oh, meine Nägel habe ich auch gemacht. Deswegen bin ich noch viel mehr Geld heute losgeworden. Ich habe sie noch nie. Ich habe sie noch nie.